Bochum ist ungeschlagener Tabellenführer. Unter Haching mit nur zwei Siegen 16. Wenn der Scheiß läuft, hört's einfach scheiße. Doch seitdem haben die Hachinger fünfmal in Folge gewonnen. Der VfL verlor drei Spiele und kassierte staatliche elf Gegentore. Bochum gegen Unter Haching, der Top-Aufstiegskandidat gegen die Mannschaft der Stunde. In Hattrick, die zweite Bundesliga. Untertitelung des ZDF für funk, 2017